Grün oder weiß? Grün. VfW Wolfsburg. Mailand oder Madrid? Mailand, aber ist beides schön. Party oder Couch? Party. Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne davon trinke ich mehr. Snapchat oder Instagram? Snapchat. Da schicke ich manchmal einfach irgendwelche Sachen zu Freunden. Assist oder Tor? Assist. Ich würde immer noch mal lieber vorm Tor abspielen. Volkswagen oder Audi? Volkswagen, ganz klar. Messi oder Ronaldo? Messi. Ich mag eher seine Technik. Mallorca oder Ibiza? Mallorca auf jeden Fall. Berg oder Strand? Strand. Einfach abhängen. Nach der Karriere Trainerin oder Managerin? Eher Managerin, da ich nicht immer Lust habe auf dem Trainingsplatz mehr zu stehen. Jetzt. Denke ich so. Vorspeise oder Nachspeise? Nachspeise definitiv. Hund oder Katze? Beides nicht. Kulle oder Klaus? Kulle. Mein Lieblingskulle. E-Sport oder Schach? Auch beides nicht. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Ich mag kein Gegentor. Kino. Kino oder Netflix? Kino. Da gibt es Popcorn. Linkes oder rechtes Twix? Hä? Rechtes Twix. Keine Ahnung. Volkswagen Arena oder AOK Stadion? AOK Stadion, da unsere Heimspiele sind. Heim- oder Auswärtstrikot? Heimtrikot. Geschüttelt oder Gerührt? Geschüttelt. Kopfballtor oder Schusstor? Wenn ich jetzt Kopfballtor sage, das glaubt mir keiner. Schusstor deswegen. Moderne Porsche-Straße oder altstädtisches Fallersleben? Altstädtisches Fallersleben. Autostadt im Winter oder Sommer? Winter. Obwohl beides gut. Autostadt oder Fähno? Autostadt. City oder Allersee? Im Sommer Allersee. Lieber 5 zu 4 gewinnen oder 1 zu 0? 5 zu 4. Besser für die Zuschauer. Eistonne oder Sauna? Sauna. Joko oder Klaas? Joko. Hab ich schon mal kennengelernt. Stracciatella oder Haselnuss? Stracciatella? Schokolade? So, eine Frage für mich. Karneval oder Faschi? Karneval. Sicher.